zum verkauf steht eine fleischmann lokomotive der baureihe 50 sie hat vereigenschaften im vorwärtsgang langsam und auch schnell sehr gut genauso wie rückwärts ausstattung der lokomotive ist frontbeleuchtung und heckbeleuchtung wobei die frontbeleuchtung leider nicht funktioniert da ist die birne defekt und ausgestattet ist sie mit einem decoder der firma esu programmiert auf die adresse 50 ohne rauch decoder ohne sound ein wechselstrommodell für die märklin-eisenbahn für den mittelalterbetrieb sollte interesse bestehen dürft ihr mich gerne über die genannte e mail adresse in der video beschreibung kontaktieren oder ihr geht auf den link wo ihr zu dem weiteren angebot kommt und dort auch noch bilder findet sollten fragen sein